Go. Und das ist auch so mein Favorite Ding, womit ich auch auf jeden Fall diesen Call starten will, weil mein größtes Learning in den letzten sechs Jahren Persönlichkeitsentwicklung ist einfach, man muss immer, 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 also immer, es gibt kein Außer, ich habe das schon mal irgendwo gehört, deswegen brauche ich nicht mitschreiben, ja, dann ist es okay, dass man vielleicht manchmal auch nicht jedes Wort mitschreibt, weil ich habe früher jedes Wort mitgeschrieben, irgendwann kann man das auch reduzieren, das reicht ein Satz, aber was ich meine mit immer, immer, immer zuhören, ist immer, wenn ihr auf der Frequenz seid, ja, dass ihr sagt, okay, vielleicht habe ich es schon mal gehört, aber gib mir die Information, die ich noch nicht gehört habe, dann kriegt ihr die richtige Information und das teile ich vielleicht auch noch am Ende, wenn ihr euch das merken könnt, welches geile Learning ich gekriegt habe auf dem Alex Morton Event, weil da war ich zwischendurch auch, war ein P2K Training, da habe ich auch David wieder gesehen nach langer Zeit und da saß ich natürlich auch und dachte mir, ja, okay, den Alex Morton Part, den habe ich jetzt schon 20 Mal gehört und dann dachte ich mir, nee, scheiß Ansatz, offen bleiben, neues Setten, okay, dann muss er mir jetzt in dieser Zeit sagen, wo ich hier sitze, weil wir haben auch zwischendurch noch das Trading Event gelauncht, ich war draußen, ich habe mir gedacht, ich habe gerade 25 Euro Eintritt gezahlt, ich habe eine Stunde von Alex Morton gehabt, wenige ganzen Calls zwischendurch, aber ich habe die Information gekriegt und die teile ich mit euch am Ende und zwar war das die Frage, warum wurde IM überhaupt auf diesem Konzept aufgebaut, auf dem es aufgebaut ist, aber da gehen wir immer drauf ein, ja, weil da habe ich auch gedacht, geil, das war die Information, die ich brauchte, ich habe sie schon mal bestimmt vor sechs Jahren mal gehört, aber auch verdrängt, aber jetzt, mach mal so in den Chat, wer kennt mich denn eins und wer kennt mich gar nicht zwei, dann kann ich vielleicht gucken, wie weit ich ausholen muss. Ah, da kommen die Zweien, ja, mehr Zweien, okay, mehr Zweien, dann mache ich so eine Kurzversion, also zu mir, ich bin mittlerweile leider 28 Jahre alt, ich wünschte, ich wäre nochmal irgendwie 21, wo ich alles angefangen habe, aber so ist das Leben, wir werden nicht jünger, die Zeit läuft gegen uns, 28 Jahre alt, ähm, boah, bin der Jüngste aus der Familie gewesen, meine Eltern waren immer selbstständig, für mich war es normal, dass meine Eltern 18, 19, 20 Uhr nach Hause gekommen sind, äh, ich musste alles vorbereiten, was vorzubereiten war, mein Vater war sehr streng, muss man da sagen, in der Richtung, ähm, was so, ich sag mal, so Haushaltsplanung anging, ähm, hab irgendwann, äh, auf Baustellen gearbeitet mit meinem Bruder, hab da relativ viel, äh, und gut Kohle verdient, hatte leider keine finanzielle Bildung, hab das Geld in Kroatien auf den Kopf gehauen, innerhalb von zwei bis drei Wochen, also wirklich komplett, das war manchmal, ich sag mal, ein schlechter Sommer war ein zweieinhalb, ein guter war ein 6K, und, äh, scheißegal, haben halt jetzt nur zwei Wochen Zeit, 6K auszugeben, geht auch irgendwie, ähm, hab dann, äh, irgendwann gedacht, okay, auf einer Baustelle, so Geld verdienen, in der Firma arbeiten, boah, gar kein Bock, so, war halt cool für zwischendurch, und für die Partygedanken, die man so mit 16, 17 hatte, hab dann mein Studium angefangen, IT und Design, weil ich schon, äh, mit 12, 13, 14 mit Visitenkarten angefangen hab, ich hab die Firma aufgebaut von meinen Eltern im Marketingbereich damals, und dachte mir, geil, ja, erstmal irgendwas mit Computer, und der Rest kommt bestimmt, weil ich dachte mir, ey, wenn ich studiere, dann ist das bestimmt wie bei Facebook der Film, äh, ich weiß nicht, wer von euch studiert, und ich weiß nicht, wer sich das so gedacht hat wie ich, aber bei mir war absoluter Reinfall, ich war auf einmal das Opfer auf der Uni, äh, obwohl ich vorher, ich sag mal, jetzt zu den, äh, ich sag mal, Normalen gehört habe, ich war bei den Beliebten, ich war bei den Unbeliebten, ich war mit den Arabaren, ich war gut mit den Albanern, ich war mit allen cool, so, das ist immer wichtig, dass man mit allen cool ist, dann kann man auch, ne, wieder offen bleiben und viel lernen, ich war immer, äh, wissgierig, was das ganze Thema angeht, aber im Studium hab ich halt voll die Klatsche meines Lebens gekriegt, so, die Nerds haben mich fertig gemacht auf einmal, und irgendwann hab ich keinen Bock mehr gehabt auf die Uni, bin auf die Fachhochschule gewechselt, ähm, aber da war irgendwann auch irgendwie klar, irgendwie bringen die uns Dinge bei, die gar nichts bringen, hatte dann meinen besten Freund, mit dem sind wir zusammen weggezogen, 300 Kilometer halt fürs Studium, und irgendwann dann IM kennengelernt und das unseren Dozenten, äh, offenbart, unseren Lieblingsdozenten offenbart, da kam dann raus, er hat gar keinen Bachelor und er hat auch gar keinen Meister oder Master, ja, er wurde nur eingestellt, weil er halt so krasse Titel international abgeräumt hat im Marketing, dann dachte ich mir auch, Alter, mein ganzes Leben ist eine Lüge, Alter, so, du gehst ins Studium, kämpfst dich da irgendwie durchs Abi durch, ich hab jetzt auch nicht das beste Abi, wurde irgendwie angenommen an der Uni und Fachhochschule, und dann höre ich halt von meinem Lieblingsdozenten, äh, so unsere Person, in der wir uns halt geöffnet haben, er hat auch keinen Bachelor und keinen Master, Studiengangsleiter hat auch gehört, was wir vorhatten mit IM, und irgendwann haben die dann auch einfach nur gesagt, ey, Jungs, ganz ehrlich, euer Funkeln in den Augen, das kriegen wir sowieso nicht mehr raus, die meinten, ja, nee, ist eigentlich scheißegal, was ihr sagt, wir wollten eigentlich nur gucken, ob wir Urlaubssemester kriegen oder ob wir eingeschrieben bleiben sollen, und dann meinten die auch, ey, Jungs, mach, wir halten euch irgendwie den Rücken frei und zieht durch, und, ja, sechs Jahre später, die dritte Stadt, in der ich jetzt lebe, in Lübeck, hab ich sechs Jahre verbracht, hab mir da so, ich sag mal, aus meinem Studentenleben, weil man hat ja immer eine Rolle, die man so, so hat, ja, am Anfang ist man halt einfach die Person, die man ist, und man hat die Träume, und man muss das irgendwie so nachziehen, und das ganze Umfeld vertraut der ganzen Geschichte natürlich irgendwie nicht, weil ihr wart ja noch vor ein paar Wochen und Monaten die Person, die donnerstags schon in der Studentenstraße war abends und da schon getrunken hat, und auf einmal trinkt ihr nicht mehr und geht nicht mehr raus und lest Bücher. Braunschweig war ich dann schon der Typ, der Online-Geld verdient hat, mit Trading losgelegt hat, und das war eine andere Positionierung. Jetzt bin ich in Frankfurt und die ist halt komplett an der Positionierung. Also das, was die letzten zweieinhalb Jahre sowieso passiert ist bei uns im ganzen Game mit Smart Money und alles, ich meine, ihr kennt das wahrscheinlich, ihr kennt wahrscheinlich auch meine Florian Able, das war krank, was wir die letzten zweieinhalb Jahre in Corona-Lockdown gemacht haben, das waren mindestens vier Stunden am Tag, und bis nach oben war das offen, wo wir wirklich Backtesting-Analysen, Backtesting-Analysen, Calls, Brainstormen, irgendwelche Gedanken, die man nachts gekriegt hat, warum das gestern nicht funktioniert hat und was wir daraus lernen, also wirklich brutal viel Zeit reingesteckt. Und da kann ich euch nur sagen, ich weiß nicht, wie lange ihr jetzt alle dabei seid, stresst euch nicht, also wirklich stresst euch gar nicht, gar nicht. Am Ende wird sowieso alles Sinn ergeben. Ihr müsst sowieso euren eigenen Weg gehen, ihr müsst eure eigenen Hürden aufarbeiten, ihr müsst eure eigene Persönlichkeit aufarbeiten, und es hört nicht auf. Auch heute, nach sechs Jahren, ich freue mich drauf, persönlich immer noch was zu lernen, zu wachsen und irgendwas durchzuforsten und zu verstehen, warum man vielleicht noch tickt, wie man tickt, weil das Geile an Trading ist halt einfach der Benefit. Trading ist nicht technische Analyse. Das sage ich den ganzen Leuten, die ich betreue, auch. Ich sage ganz ehrlich, also nach zwei bis vier Wochen in IM, sage ich den Leuten auf den Analyse-Calls, ey, ab jetzt, also wenn ich das spüre, aber es kommt manchmal nach zwei Wochen vor, es kommt manchmal nach vier Wochen vor, es kann auch länger dauern, no stress. Aber dann sage ich den Leuten, klipp und klar, hey, pass auf, merkt ihr das jetzt? Ab jetzt brauchst du dich nicht mehr reflektieren und denken, dass du technisch nicht mehr gut genug bist. Was meinst du, aber der Trade ist doch nicht aufgegangen. Ja, aber technisch, technisch, technische Analyse gesehen ist es richtig. Ab jetzt müssen wir nur noch an dir arbeiten. Ja, aber ich bin doch erst noch, ich bin doch gar nicht so lange dabei, weil wir haben jetzt momentan echt ein brutales Tempo aufgebaut. Und natürlich sind die Leute dann irgendwie verwirrt und sagen, her, war das nicht mal anders früher oder dies oder das oder jenes. Aber wir haben einfach selber auch viel dazugelernt, weil technisch, du hast es ganz gut gesagt, eine Analyse oder eine Strategie zu erklären, das geht ruckzuck. Das, was ihr aber darauf denkt und dann darauf handelt, das ist eine komplett andere Welt. Das ist, boah, so wie das Universum, unendlich. Ja, also ihr müsst euch auf jeden Fall damit beschäftigen. Auch, es gibt immer noch mal Phasen zwischendurch, wo man noch mal einen Höhenflug kriegt. Ob jetzt Flo oder ich oder weiß der Kuckuck, wer auch bestimmt einen Educator kriegt bestimmt immer mal einen Höhenflug auf seinem eigenen Kapital-Account und blaut da dann einfach mal ein bisschen Geld weg und merkt dann danach, sag mal, ey, wie oft muss ich mir das noch beweisen, dass diese Technik nicht funktioniert, gegen den Markt zu handeln, sondern man muss halt einfach reflektiert an die Sache gehen und wenn sowas eintritt, einfach mal einen Gang zurückschalten. Aber jetzt, so viel zu der ganzen Geschichte erst mal so ein bisschen vorweg. Ich habe es ein bisschen reingetisert auch in die ganze Thematik. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wo befindet ihr euch gerade. Also erstmal, lass mal über Monate reden, damit ich das so ein bisschen besser einschätzen kann, wer ist wie lange dabei. Oh, einige OGs auch hier im Start schon. Drei Jahre, drei Monate Zeit, fünf Monaten. Um neun, neun, anderthalb, ein halbes Jahr. All right, all right, all right. Nice. Ja, gibt es etwas, worüber ich auf jeden Fall sprechen soll, wo ihr jetzt merkt, so, vielleicht auch jeder von euch hat so eine Frage, wo ihr euch jetzt schon gedacht habt am Anfang, ey, ganz ehrlich, darauf hätte ich gerne eine Antwort. Gibt es da irgendwas? Können wir da jetzt einfach mal direkt frontal drüber reden? Oder sag ich einfach Geduld, okay. Was genau, Alexander, was meinst du mit Geduld? Kannst du nochmal dazu schreiben. Geduld erfolgreich zu werden, Geduld den Trade einzugehen, Geduld auf das Setup zu warten, Geduld den Trade laufen zu lassen, Geduld Profite rauszuziehen. Wisst ihr, ich meine, so, alle Wörter oder alle Fragen, die ihr euch stellt, die haben noch zehn Ebenen tiefer. Ich kann nicht abwarten, den Trade laufen zu lassen. Okay. Gehen wir einfach mal auf das allererste ein. Ja, versuchen wir da mal ein bisschen rumzubasteln. Natürlich sowas in Einzelgesprächen immer ein bisschen besser, aber nicht abwarten zu lassen, also, ich kann nicht abwarten, den Trade laufen zu lassen. All right. Was passiert denn im schlimmsten Fall, wenn du einen Trade laufen lässt? Können wir auch mal so drüber reden. Ja, dann, wie man dieser Sache über vorbeugt, wenn man da drin einfach eine Schwäche hat, ja, weil jeder hat andere Stärken, jeder hat andere Schwächen. Vielleicht ist das einfach deine Schwäche, die du jetzt einfach mal rausgehauen hast, was komplett okay ist, was ich auch extrem feiere. Deswegen Props erstmal dafür, dass ihr hier alles in den Chat reinschreibt. Aber man muss dann einfach irgendwie mal gucken, dass man seine Schwäche nicht schwächt, ja, indem man dann vielleicht einen Trade zu früh schließt und sich dann wieder aufregt und dann ist man in der nächsten Todesschleife drinne, sondern dass du dir Dinge aufbaust, ein Regelwerk aufbaust, was diese Schwäche quasi eliminiert, so gut wie. Ja, dass du diese Gedanken kriegst, das wird auch erstmal noch weitergehen. Das ist nichts, was man von heute auf morgen komplett killt. Aber natürlich ein System zu haben, ja, weil Systeme funktionieren. Das Schöne an Systemen ist, ja, wenn ein System gut ist, dann dupliziert sich das und vor allen Dingen bleibt in den Köpfen. Ja, dafür ist ein System. Es hat nichts mit Emotionen zu tun. Ja, weil wenn wir alle nur nach Emotionen gehen würden, im Trading oder die Einarbeitung, alleine die Schulungsvideos von IM, wenn wir da mit Emotionen von Anfang an reingehen würden. Und stellt euch mal vor, was wäre, wenn, ja, das hört ihr ja nicht in den Videos, aber was würde ich dir jetzt aufstellen, um den Trade laufen zu lassen? Testet Take Profits. Es muss ja einen Grund geben, dass du den Trade nicht laufen lässt. Also vielleicht kannst du den einfach nochmal reinschreiben, ansonsten gehen wir einfach mal kurz weiter, dann kann ich gleich nochmal drauf angehen. Was hat sich bei dir seit dem letzten Call trading-technisch verändert, wenn sich etwas verändert hat? Boah! Also, wenn wir vor anderthalb Jahren telefoniert haben auf diesem Sumpfroll, dann denke ich auf jeden Fall noch ein tieferes Verständnis für die Setups und mich. Weil durch Smart Money, vielleicht kennt ihr das, da kriegt man auf jeden Fall doch irgendwann doch nochmal einen Höhenflug. Weil man sich denkt, jetzt habe ich alles verstanden. Jetzt bin ich Gott. Jetzt kann mir nichts mehr passieren. Jetzt kommt dies, jetzt kommt das. Und hatte auch Telefonate mit Florian. Ob er mich angerufen hat oder ich ihm angerufen habe, ist erstmal komplett egal. Könnt ihr euch vorstellen, das war im fliegenden Wechsel zwischendurch. Wenn du halt mal so zwei, drei Wochen hast, wo du halt diese Ratio drehst, dann drehst du halt irgendwann durch. Dann bist du halt irgendwann, denkst dir so, ganz ehrlich, ich habe jetzt keine Ahnung, sag jetzt einfach mal 100%. Ja, ich habe jetzt mal 100% gemacht. Ganz ehrlich, was soll jetzt noch schief gehen? Ja, und was mir da auf jeden Fall geholfen hat, ich gehe einfach mal in die Bildschirmteilung rein. Wenn ich mal kurz die Bildschirmrechte kriegen könnte, dann teile ich euch mal ein sehr, sehr deepes Learning. Und das habe ich auch Florian erzählt, auch mehrere Male am Anfang, bestimmt dreimal erwähnt. Er hat gedacht, ja, ja, du mit deinen Theorien wieder. Glaube ich nicht, ich bin Gott und da wird nichts mehr schief gehen. Da hat er ja auch mal aus, ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt, ich meine, das ist ja Geschichte. Wir reden mal über einen anderen, wir nennen ihn jetzt mal Finn. Ja, wir nennen ihn jetzt mal Finn wegen Compliance. Nicht, dass mir irgendwer vorher, du hast gesagt, Florian hat das und das gemacht. Ja, sondern Finn ist der Zillingsbruder quasi, rechtlich gesehen. Und dieser Finn hat mal einfach aus 500 Euro 52.000 gemacht. oder 62.000 in anderthalb Wochen. Wo ich ihn dann auch angerufen habe, meinte, yo, beruhig dich. So, schick mir nicht noch mehr Screenshots. Ich komme gar nicht hinterher, was du mir da schickst. Was ist das für ein Account? Das ist der gleiche Account. Ich sage, das geht gar nicht. Das geht gar nicht in meinen Kopf rein, solche Prozente da überhaupt, auch das zu managen. Ja, ich mache auch zwischendurch crazy Momente, aber dann bin ich auch für einen Tag raus oder zwei. Dann reicht mir der Abstand so. Aber Flo brettert das. Jede Stunde neu hat er einfach neue Setups, neue Entries, Long-Term-Shirtkern. Was weiß ich, was der da zaubert. Und da habe ich dann auch gesagt, hey Bro, erinnerst du dich noch an meine Regel? Ja, welche Regel? Und zwar, und ich hoffe, das habe ich damals nicht erzählt, weil das habe ich eigentlich immer noch, das nehme ich immer noch mit, diese Erweiterung. Und zwar müssen wir mal über Trading-Phasen reden. Nicht deine Trading-Phase, nicht irgendeine Trading-Phase, sondern die Phase des Marktes. Der Markt bewegt sich in Zyklen. Ja. Ist kein Geheimnis, ist jedem bekannt. So, jetzt denkt der eine, ja, was für ein Zyklus. Er steigt, er fällt. Ja. Jetzt hört euch vor, das geht nochmal 10 Ebenen tiefer. Das, was ich am Anfang dieses Telefonnats meinte. Alles ist viel tiefgründiger, als die Information, die mit euch vielleicht geteilt wird am Anfang. Aber es ist sehr schwer, als Speaker 10 Ebenen runterzureden, wenn man noch weiß, man hat noch andere Themen. Aber, warum Zyklen? Warum dieses Thema? Weil, ich finde, es ist einfach true. Ihr könnt da gerne euren eigenen Test mitmachen. Aber vielleicht haben wir Gamer auf diesen Call, dann ist das Thema ein bisschen einfacher zu besprechen. Ja, an alle Trader, ihr werdet das auch verstehen, aber wenn ihr Trader und Gamer seid, dann ist es eigentlich noch ein bisschen besser. Haben wir hier irgendwie Gamer am Start? Leute, die Rocket League, FIFA, Call of Duty, Battlefield, was weiß ich, es gibt hunderte Spiele, ja, und die sind alle gleich aufgebaut. Ja, sie sind algorithmisch. Und da ist wieder das Schöne, ein Spiel ist algorithmisch, der Markt ist algorithmisch. Okay, was passiert, wenn man sich in Call of Duty einloggt? Okay, ich habe jahrelang nicht gezockt, aber wir haben vor, weiß ich gar nicht, man, ich habe den PC auch nicht mitgenommen vor einem Dreivierteljahr, Jahr, einen heftigen PC gekauft, Call of Duty wieder gezockt und dann ist mir genau das wieder eingefallen, dass ich mir dachte, krass, ich zocke gerade und ich kriege einen Benefit dadurch. Okay, was ist die Sache, worum es geht? Wenn man anfängt zu zocken, man hat jetzt eine Woche nicht gezockt, drei Tage nicht gezockt, man lockt sich ein, was passiert? Weiß es jemand? Man spielt das erste Match, was passiert? Die Gamer müssten es eigentlich wissen. Man ist nicht gut? Ja. Ja, nicht wirklich. Man verliert, die Runde ist immer wack. Da ist die richtige Antwort. Es ist der Lucky Win, aber es ist gar nicht so lucky. Ich weiß, warum ihr sagt, man verliert, man verliert, man verliert, weil das ist die letzte Erfahrung, die ihr macht, bevor ihr euch auslockt, an dem Tag, wo ihr anfangt wieder zu zocken. Wie ist es nämlich wirklich algorithmisch? Ja, das ist bei Warzone so, das ist bei League of Legends so, das ist bei allen Spielen eigentlich so, die was mit Competitive zu tun haben. Der Algorithmus merkt, oh, ihr habt euch lange nicht eingeloggt, lasst ihm mal ein Match gewinnen, damit er drin bleibt, weil der war ja jetzt eine Woche nicht drin. Das heißt, ihr gewinnt. Ich mache das jetzt mal in Prozenten, nämlich wenn man mal kurz eine Trading-Pause hat oder man hat einfach eine Lucky-Phase, einen Lucky-Zyklus erwischt im Markt, dann kann es mal sein, dass man mal eben so in der Woche 20% rausholen kann. No Stress. Also wirklich mit No Stress kann man 20% in der Woche rausholen. Vielleicht ist jetzt nicht jeder hier auf diesem Call, der diese Erfahrung schon gemacht hat, aber vielleicht hast du diese Erfahrung schon mal gemacht und jetzt kommen wir mal zum zweiten Punkt. Und ich habe das aus verschiedenen Podcast-Büchern. Ich kann euch nicht sagen, woher ich meine Informationen ziehe. Ich kann euch nur sagen, ich ziehe mir Informationen wie ein gestörter. Immer noch. Wirklich immer, immer, Persönlichkeitsentwicklung ist etwas, was man nicht aufhören kann oder darf. Das ist auch ganz wichtig. Aber was ist los? Ihr gewinnt 20%. Was passiert in den meisten Fällen? Kann das jemand vielleicht mal in den Chat schreiben? Hattet ihr schon mal einen Customer oder ihr selber? Ihr habt 20% gemacht. Was passiert danach die Woche? Oder was passiert den Handelstag danach? Plus 30% Minus. Ja? Ich nenne das mal um. Eigentlich hieß das bei mir anders. Ja? Der Markt gibt. Der Markt nimmt. Okay? Aber er nimmt sich nicht alles. Ja? Man kann auch weiterhin stable sein, wenn man sich an sein Risikomanagement hält. Ja? Und fest die Regeln hat, ab wann man keinen Trade mehr sitzt an diesem Tag. Aber das Problem ist, die Leute haben keine richtigen Trading-Regeln. Bzw. halten sie nicht ein und deswegen verlieren sie auch 30%. Und dann ist man mit dem Account auf jeden Fall fett im Minus. Da ist man quasi mehr im Minus, als man eigentlich sich täglich erlaubt hat. Okay? Das heißt, der Markt Markt gibt. Der Markt nimmt. Sagen wir mal einfach die Hälfte. Einfach, wir brauchen jetzt so eine Faustregel. Wenn ihr es gut macht, könnt ihr mit der Hälfte rausgehen. Ihr habt dieselben Setups, ihr habt dieselben Entries. Alles bleibt gleich mit der Checkliste. Aber der Markt irgendwie, irgendwas taktet da nicht richtig. Morgens geht es auf, abends schießt es komplett gegen mich. Morgens TP1, easy, direkt gehittet in der ersten halben Stunde. Abends Stop-Loss-Hit. Fuck, hätte ich mal doch geschlossen. Ja? Die dritte Phase ist, der Markt nimmt sich alles. Das ist Seek & Destroyed. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Seek & Destroyed. Ja, das ist eine bekannte Trading-Phase. In der Phase, wo ihr nicht checkt, was abgeht. Glaub mir, du bist nicht dumm. Soll ich das so sagen? Deine technische Analyse ist nicht gut genug, sondern der Markt wird sich alles raussuchen und zerstören, was er raussuchen muss und zerstören muss. Alright? Und das ist mein fettestes Learning. Weil darauf müsst ihr einfach aufpassen, wenn ihr es selber seid oder wenn ihr andere Leute seht, die durchdrehen, versucht sie auszubremsen. Was hat man denn zu verlieren, wenn man 20% gemacht hat und eine Woche oder zwei Wochen nicht tradet? Es gibt ja diesen legendären Satz, nicht traden ist profitabler als zu traden. Ja, wo kommt der her? Indem man weiß, wann man einfach mal seine Glücksträhne oder den Zyklus getroffen hat und danach einfach mal die Füße stillhalten muss. Ihr könnt nicht gegen diese Zyklen antreten. No chance. Glaubt mir. Gar keine Chance. Ja? Weil auch so ein Finn, ja, dieser böse Zwillingsbruder, dem habe ich diese Phasen erzählt, das ist noch gar nicht so lange her, das war Februar, März. Da hatten wir diese Phasen schon mal besprochen. Einige fanden es cool, andere meinten, oh, da kann ich noch nichts mit anfangen, aber mittlerweile haben wir den Proof. Weil wenn jemand, ich sage mal so, einer der krassesten Trader, ja, dass sogar Corporate sich meldet und sagt, was ist eigentlich mit diesem Typen los? Was ist das für ein Alien? Ja, mit der Performance. Wenn der mir sagt, Felix, deine drei Phasen, scheiß auf die Phasen, ich bin Gott und ich trade weiter, ich mache aus den 62.000 jetzt 150.000, ich sage, wer bin ich schon, dir zu verbieten zu traden? Wir hören uns. Eine Woche später, ey, irgendwie kannst du mir nochmal deine Phasen erklären? Ich sage, nö, warum? Ja, weil irgendwie, ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht und irgendwie sind die Phasen doch irgendwie, also es ist eine coole Brücke so im Kopf, die zu schaffen, weil man weiß, wann was genug ist. Warum, wie viel hast du noch? Ja, hab jetzt schon so 15.000, 20.000 verloren. Hast du denn noch was gemacht oder ist das jetzt runter von dem letzten Betrag? Ja, nee, jetzt runter, labere mich nicht voll, erkläre mir die Phasen, ich komme auf den Call. Dann dachte ich, bevor ich das erkläre, nochmal, kannst du bitte einfach sagen, da ist etwas dran und vielleicht hattest du recht so. Weil nicht, dass ich dann immer der Freak bin im Hintergrund, der so Sachen ausarbeitet und dann vom krassesten Trader immer höre, nee, hast du was dran? Lass das nochmal durchgehen. So und ich finde, nichts ist krasser, als diese Phasen zu kennen, weil was beschreibt diese Phasen auch eigentlich letztendlich nur? Ja, ein Trending Market vielleicht. Ja, vielleicht ist es gerade der Ausbruch, auf den ihr gewartet habt. Ja, vielleicht, ich gehe jetzt nicht in Smart Money Begriffe rein, aber könnt ihr euch umdenken. Ja, die zweite Phase ist, der Markt baut dieselben Pattern auf, auf die er dich in Phase 1 gebrainwashed hat und versucht dich so rein zu triggern, dass du bereit bist, mehr zu investieren. Ja, wie schafft man das, indem die Trendlinie das sechste Mal gehittet wird und du einfach sagst, geil, sechste Mal gehittet, die Trendlinie wird ja immer besser, ich gehe nochmal rein. Eet. Eine Trendlinie, die mehr als drei oder vier Mal gehittet wird, meiner Meinung nach, das sind meine Regeln, trade ich counter. Also ich trade durch die Trendlinie. Ich warte auf mein Short Setup, ich warte auf mein Order Block, ich warte auf mein Change of Character und so weiter und so fort. Alright. Das heißt, wie macht er das? Sechste Mal Trendlinie gehittet, ihr geht wieder long, habt ein SL wie immer, wie vorher und denkt euch, ja geil, der geht hoch und er stoppt euch aus. Dann gibt er euch irgendeinen Pattern, wo ihr merkt, ja, das ist jetzt eine Korrektur gewesen, ja, nun gehe ich jetzt einfach wieder long. Und er läuft vielleicht auch immer nochmal long, er läuft auch vielleicht über euren alten Entry rüber und gibt euch dann wieder ein Setup, wo ihr euch denkt, das ist das, worauf ich gewartet habe, ich gehe nochmal long. Dann seid ihr schon mal doppelte Positionen drin, was macht der Markt? Er sägt euch wieder ab. Dann fällt er so weit runter, dass er danach wieder korrigiert, gebt euch wieder ein Pattern, ihr denkt, das ist es jetzt und der Markt macht anderthalb, zwei, drei Wochen, was er will und ihr dreht in dem Moment komplett durch. Weil ihr verliert euch in diesen Treppen, man kann es wie Treppen sehen. Stufe 1, alles ist easy. Setup easy, Entry easy, Take Profit 2, sofort gehittet. Was ist Trading? Wofür braucht man Schulung? Wofür braucht man Go Live? Kann ich auch alles alleine. Phase 2 ist, ja, sie nehmen euch komplett, komplett, sie führen euch einer Nase rum, sie zeigen euch genau das Gleiche und es geht nicht. Wer von euch kennt das? Ihr seht das Gleiche und es klappt einfach nicht. Schreibt mal eins in den Chat. Jetzt erzähle ich euch eine andere krasse Geschichte. Johannes, vielleicht kennt ihr den. Ist, ich sag mal so, einer der rechten Hände von Florian und mir. Ja, ist ein ziemlich guter Kunde. Dem haben wir damals den Shortcut angeboten mit Smart Money, beziehungsweise eigentlich wusste er nicht, was wir mit ihm vorhaben. Das war unser kleines Experiment. Vielleicht habe ich damals schon ein bisschen was von Johannes erzählt. Der hatte seine erste Auszahlung jetzt gekriegt mit 37.000, damals auch schon wieder fast ein Jahr her und hat gekündigt. Und es ist einfach, es ist naiv, also naiv, nicht böse gemeint, sondern der ruft mich an und stellt mir Fragen, wo ich auch manchmal denke, Kollege, aber ich weiß ganz genau, warum er fragt, weil er will 10 Level tiefer jetzt die Antwort darauf haben und nicht wieder diesen Standardsatz aus der Einarbeitung, sondern er will wirklich die Wahrheit wissen. Und er hat auch was Geiles erzählt. Er ist auch richtiger Wissensfreak. Der guckt sich auch andere Trader an, was ich auch gerne mache. Warum nicht? Es gibt krasse Trader da draußen, die ihre Sachen einfach raushauen und man muss einfach nur gut genug sein, die zu sammeln. Was hat er also gemacht? Er hat sich eine zweite Checkliste gebaut. Seine erste Checkliste dass er innerhalb von 5 Sekunden morgens entscheidet, ob er tradet oder nicht. Wenn seine Augen nicht triggern, Laptop zu, vielleicht am Nachmittag nochmal irgendwie nach Intuition öffnen, wenn es dann nicht nach 5 Sekunden triggert, wieder zu. Original, Leute. Sekunden. Das habe ich mit ihm besprochen, das haben wir beide gleichzeitig uns, ich weiß gar nicht, woher wir das beide gezogen haben, haben uns darauf ausgetauscht. Geil, klappt übelst gut. Wenig Input, viel Output läuft. Die andere Seite ist ja, ihr sitzt stundenlang davor und das werde ich euch jetzt auch erzählen, was er nämlich gemacht hat zu dem Thema. Es sieht alles gleich aus und es geht trotzdem nicht. Der Typ hat eine Checkliste aufgebaut, die wirklich, wo ich mir dachte, irgendwie geil, sodass er das ausgearbeitet hat und mir auch noch zeigt, dass er das ausgearbeitet hat und ich meinte direkt so, lass mich raten, hat nicht geklappt. Er sagt, woher weißt du das? Ich sage, Mann, glaub mir, ich habe eine lange Zeit hinter mir, aber Felix, ich habe da so geisteskranke Sachen reingebaut. Ich habe von dem, ich habe von dem, ich habe von dem, alles harmoniert eigentlich mit dem, was ich mache. Neun Punkte, die ich abgehakt habe und der Trade geht trotzdem gegen mich. Warum? Ich sage, Bro, die Antwort kennst du. Die kennst du 100%. Du willst mir doch nicht sagen, dass der Markt immer umbringen kann. Ich sage, du weißt es doch, warum fragst du mich das jetzt? Es gibt etwas, das können wir nicht kontrollieren und das sind diese fucking Finanzmärkte. Die können wir nicht kontrollieren. Da ist ein Algorithmus hinter, den gibt es seit keine Ahnung wie viele Jahren. Wir freuen uns jetzt über ChatGBT und denken, geil, wir sind in der Zukunft angekommen, während BlackRock und alle anderen das schon seit 30 Jahren mindestens nutzen. Zumindest teilweise Ansätze von denen, die wir heute erst haben. Okay, das heißt, wenn du nur 100 Checklistepunkte hast, guess what? Der Trade kann gegen dich gehen. Weil der Markt teilt sich auf in drei Phasen. Der Markt gibt, geil, wenn du gerade eingestiegen bist und es funktioniert. Ich hatte schon so viele Kunden, die sind leider in der ersten Phase bei mir Kunde gewesen. Die gehen auf eine Get-Paid-Session mit mir und wir machen eine Woche Cash. Mein Cousin, sogar meinem Cousin ist das passiert, der ist leider nicht mehr dabei. Ich habe ihm direkt gesagt, ey, das ist nicht normal. Wie, das ist nicht normal? Du hast doch gesagt, dass du hier drauf bin, ein paar Knöpfe drücken. Ja, aber das ist nicht normal. Mach bitte ein oder zwei Wochen Pause. Aber ich zahle doch jeden Monat. Ja, aber guck doch erst mal die Videos. Ja, aber es läuft doch. Es läuft doch so. Es läuft doch immer so. Die paar Verluste zwischendurch. Wir machen ja nur Gewinn langfristig. Der schlechteste Tag war zwei Prozent. Ich sage, ja, aber glaubt mir einfach. Die beschissenste Phase, wo ein Kunde einsteigen kann bei euch, ist wirklich in der Phase, wo die an den Chart gehen, Meta-Trail eröffnen und das Ding klappt sofort. Über eine Woche. Ja, wir reden hier auch immer zwischen Wochen, nicht ein Tag. Ja, also jede Phase dieser drei Punkte könnt ihr ungefähr zwei bis vier Wochen sehen. Wie lange kann man nicht abschätzen, wie lange ein Zyklus braucht oder was sie da wieder aufbauen im Hintergrund. Aber das ist halt crazy. Okay? Der Markt nimmt sich teilweise etwas, manche Setups gehen auf, manche nicht. Man hat eigentlich gar nicht mehr den Plan, warum überhaupt die ganzen Dinge aufgehen. Das ist eigentlich das Beste, was passieren kann. Oder der Markt zerstört komplett. Dann lernen die Leute das direkt auf die harte Tour. Alright? Es gibt diesen schönen Satz, if you choose what is easy, your life will be hard. Und das passiert den Leuten, die hier reinkommen und direkt Kohle verdienen. Und ich war genau so. Ich will das jetzt gar nicht dir vorwerfen. Oh mein Gott. Ich war genau so. Aber wenn du jetzt auf diesem Call bist und das hörst, was ich dir gerade sage, okay, versuch das besser zu reflektieren, wenn du gewinnst. Das hat gar nichts zu bedeuten. Gar nichts, gar nichts. Wie viele Horrorgeschichten gibt es von Menschen, die 100.000 Euro gemacht haben und dann einen Tag später alles verloren haben? Ich habe in Kroatien einen Trader getroffen, lustigerweise an der Beachbar damals mit Richard Büttner. Ich habe ihm Hallo gesagt, aber ich wusste nicht, wer er ist. Und er meinte, wir schreiben bei Instagram. Okay, krass. Voll peinlich gewesen. Voll diebe Gespräche gehabt. Er hat mir einfach seine Screenshots gezeigt, wie er eine Mille, real money, eine Mille Eigenkapital verloren hat. Das ist hart. Er hat das ein Jahr aufgebaut. Eine Million Kroatien ist schon, das ist schon nicht schlecht, so als Kroatin. So, aber alles einmal verloren. Warum? Ja, weil er diese Phasen nicht gecheckt hat. Er dachte auch, er hat mir auch gesagt, ich dachte, ich bin Gott. Er hat gesagt, du bist gar nichts an den Finanzmarkt. Er sagt also, gar nichts. Wir sind alle ein feuchter Furz. Ja, wir haben zwischendurch mal vielleicht ein bisschen Lack, wenn wir mal einen Knopf drücken, den wir nicht drücken sollen. Aber letztendlich ist ja alles einfach nur Phasen. Der Markt gibt, der Markt nimmt, der Markt nimmt sich alles. Okay? Weil wie kann es sein, dass ich mindestens, mindestens sechs Eigenkapital-Accounts verloren habe, immer mit derselben Kack-Technik? Long, 500 Pips gemacht. Nochmal long, ausgestoppt. Nochmal long, Break-Even. Nochmal long, nochmal long. Oh, high, 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 low, low. Fünf Positionen reingehauen. No SL drin gehabt. Markt geht zwei Jahre gegen mich. Zwei Jahre, Leute. Wir reden von Euro West oder 2018. Zwei Jahre. Das ist doch, wisst ihr, was ich meine? Wie krank. Bis April habe ich mir diesen Margin-Call langsam angeguckt und dann hätte ich gleich rausdrehen können. Gleich sein lassen können. Aber ich war besessen von, das muss jetzt hochgehen. Der muss gar nichts. Wenn ihr keinen Überblick habt über die Phasen, muss gar nichts. Gar nichts, gar nichts. Baut Marktverständnis auf. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich dachte immer, Marktverständnis ist AJ-Wellen und ein paar harmonische Muster. Bullshit. Also, ja, ist es. Aber es ist trotzdem, das zu glauben, ist Bullshit. Alles geht viel, viel in Eberen tiefer als einfach nur das. IM ist nur ein Tool. IM ist einfach nur das Stützrad, das uns hilft zu traden, obwohl wir gar nicht wissen, was wir tun. Deswegen mein Nummer 1 Tipp ist es, den ich dir geben kann. Ich war am profitabelsten, an dem ich am wenigsten gedacht habe. Ich war am profitabelsten, also jetzt damals, vor vier bis sechs Jahren. Ja, da hatte ich keine Ahnung, Leute. Da habe ich einfach nur kopiert, was die gesagt haben. Fertig aus. Ich habe es nachgezeichnet und dachte, ich verstehe, wie die analysieren. Ich habe gar nichts verstanden. Das habe ich aber erst fünf Jahre später rausgefunden. All right? Deswegen meinte ich auch, stresst euch bitte nicht. Es gibt Dinge, die könnt ihr verstehen. Es gibt Dinge, die könnt ihr noch nicht verstehen. Es gibt Dinge, da habt ihr noch gar keine Ahnung. Das kann man gar nicht übertragen. Und das ist auch das, was sich jeder Educator, glaube ich, wünscht innerlich. Wie kann ich das jedem einfach nur so einpflanzen und alle sind so, aha. Ihr müsst euren eigenen Weg einfach gehen. Ihr müsst genauso auch mal einen Account verlieren. Ihr müsst auf die Fresse fliegen. Ihr müsst überheblich werden. Ihr müsst mal einfach in einem richtigen negativen Strudel sein, um euch aus allen Sachen auch mal wieder rauszuholen, zu neutralisieren. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. All right? Aber diese drei Marktphasen sind meiner Meinung nach Bombe, weil im Gaming ist es nicht anders. Ihr lockt euch ein. Ihr gewinnt das erste Game. Was macht ihr? Ihr seid gefixt. Ihr seid einfach so, okay, geil. Erster Match gezockt. Deswegen habe ich angefangen zu zocken. Ich zocke direkt weiter. Zweite Match. Vielleicht noch gewonnen. Vielleicht ein Unentschieden. Vielleicht schon verloren. Dritte Match. Ihr hört nicht auf zu zocken. Wer hört nach zwei Stunden auf zu zocken? Nach zwei Runden auf zu zocken? Kein Gamer. Und die Finanzmärkte sind doch nichts anderes. Lassen euch gewinnen. Sie machen euch instabil. Ihr seid angefixt und wollt nicht den Tag beenden mit einem Loose. Wie oft hatte ich das mit einem Kollegen bis drei Uhr nachts gezockt? Nein, nein. Wir holen uns noch den Win. Wir holen uns noch den letzten Win. Dann gehen wir offline. Drei Uhr nachts. Okay, komm, scheiß drauf. Nur noch Kacklobby gehabt so ungefähr. Und das ist das, wie die Finanzmärkte auch funktionieren. Weil wonach funktionieren die Finanzmärkte? Nach Emotionen. Wer sitzt an diesem Markt? Menschen, die ihre Emotionen nicht unter Kontrolle haben. Wie einfach ist es also, diese Menschen zu kontrollieren mit Setups? Ich wünschte, man könnte irgendwann mal, keine Ahnung, in so eine Möglichkeit reinkommen, dass ich die Setups machen darf, die ihr seht und tradet. Und dann will ich einfach mal im Hintergrund sitzen und mich todlachen. So, ey, da sind schon wieder eine Million Kunden drauf reingefallen bei einem Broker. Stell dir mal vor, da sitzt jemand, der macht die Pattern. Der denkt sich so, oh, wir müssen long gehen. Hm, lass mal short ein bisschen was aufbauen, dass sich da Liquidität sammelt, dass die Stoploste sich da hinlegen, weil die Leute wollen einen Breakout traden mit am besten 100 Pip-Take-Profit, einen Breakout. Es gibt keinen Breakout mit 100 Pips. Ja, die sind im Schnitt 15 bis 20 Pips maximal. Ja, aber viele Leute denken immer, das ist der Trade, der abgehen wird. Florian Arbel hat auch 150er Ratio gezogen, das mache ich jetzt auch. Nee, ist nicht. Ja, ihr braucht fixe Werte, ihr müsst diese fixen Werte durcharbeiten, ihr müsst die Trading-Phase verstehen, Marktverständnis aufbauen wie kein anderer, wirklich wie ein Junkie. Weil am Ende des Tages wollen wir alle erfolgreich werden und finanziell frei wenn wir Trading. Also warum nicht übelst krass darin wäre ein Marktverständnis und dann habt ihr nie wieder die großen Probleme, dass ihr da sitzt und ratlos seid, sondern wenn mal was schief geht, wenn mal was gegen euch läuft, ihr habt unglaubliche Learnings dadurch. Also wirklich unglaublich, was ihr daraus ziehen könnt, wenn ihr irgendwann ein gewisses anderes Plateau erreicht, was Marktverständnis angeht. Und da kann ich wirklich die Basics empfehlen. Ja, die Basics ist auch irgendwo Marktverständnis zu verstehen. Okay, was ist eine Support, was ist eine Resistance, ja, wo bilden sich Support und Resistance, wie sieht ein Support am Montag auf, eine Resistance am Montag aus, was passiert mit dieser Support und mit dieser Resistance am Montag? Ja, wird die respektiert und der Markt geht einfach in eure Richtung oder wird die Support immer und immer und immer wieder zerstört? Ja, ich gucke Montag zum Beispiel nicht mehr rein. Brauche ich nicht. Außer die Woche davor war halt scheiße, dann weiß ich, dass ich mir den Montag angucken muss, ja. Dann bin ich wieder antizyklisch, aber ich kenne meine Muster, ich kenne halt meinen, wisst ihr, ich weiß, wie ich ticke, ich weiß, wie die Märkte, wie alles bei mir mittlerweile harmonisiert ist, es ist einfach, keine Ahnung, auch so ein Flow, er ruft mich auch an, sagt, ey Bro, ich bin heute Morgen aufgewacht, voll verpennt, direkt Entry gesehen, Knopf gedrückt, weiter geschlafen. So, hab erstmal Challenge bestanden, während ich geschlafen habe. So, wo kommt das her? Dann dachte ich mir, Bro, das ist mir auch schon voll oft passiert, dass ich aufwache und bam. Ja, das ist, weil wir irgendwann so viel mit Trading machen, dass wir in diesem Zyklus manchmal mit drin hängen, aber ihn auch gar nicht richtig verstehen. Das ist einfach eine ganz, ganz komische Geschichte. Aber ich versuche mal, auf die anderen Fragen einzugehen. Wir haben unglaublich viel Zeit schon um. Fuck. Leute. Alright. Was war das Beste, was du gelernt hast in der Trading-Psychologie, wo du denkst, dass viele es nicht wissen oder was für dich sehr wichtig ist zu wissen? Was war das Beste, was du gelernt hast in der Trading-Psychologie, wo du denkst, dass viele es nicht wissen? Das Krasseste ist, dass es da Dinge gibt, die du denkst, dass du sie nicht weißt, aber das ist noch viel, viel mehr. Also diese Ebenen da, da drunter. Also das kann man nicht beschreiben. Psychologie ist so interessant und so verrückt und so tief. Also das ist eigentlich mein Learning. Ich kann jetzt kein bestimmtes, kein bestimmtes Ding euch beibringen, weil dann werdet ihr euch vielleicht daran festsagen. Felix hat das gesagt und das ist jetzt mein Mantra. Kann sein, dass das für 20 Leute, das für eine Person klappt, für den Rest nicht. Kann auch sein, dass es gar kein weiterhielt, was ich hier sage. Aber hängt euch da einfach rein, weil es ist unglaublich schön, das alles so kennenzulernen. Wie hast du dich diszipliniert, immer zu 100% nach Plan zu handeln? Oft genug auf die Fresse gekriegt. Ich habe es auf den harten Weg gelernt, ja. Ich bin einfach so. Ich bin einfach so, auch wenn ein Florian mir gesagt hat, Bro, wie oft noch, willst du nicht dies, willst du nicht das? Der harte Weg. Okay, der harte Weg ist einfach. Ich bin einfach ein sehr emotionaler Typ in solch Geschichten und da habe ich einfach gelernt, weniger ist mehr bei mir. Einfach wirklich, ich trade mittlerweile wie ein Rentner, also schon respektlos, was ich an den Charts verbringe, aber es funktioniert bei mir momentan sehr, sehr gut. Ja, während Flo gefühlt 24-7 davor hängt und es funktioniert auch für ihn, ja, aber das wird für mich nicht funktionieren. Das ist halt, es gibt so viele Menschentypen, es gibt so viele unterschiedliche Ansätze, wie ihr profitabel gehen könnt. Ihr müsst halt einfach euren Weg finden und das aus den Sachen zusammenbauen, die die Educator machen. Aber wie gesagt, no pressure, da waren Jahre zwischen, Stunden, weil Stunden kann man sich gar nicht ausrechnen, immer erstmal das nachmachen, was die anderen machen, das funktioniert, das Ratio geht meistens immer auf, wenn man da jetzt nicht irgendwie mehr riskiert, als man riskieren sollte und der Rest folgt irgendwann. Irgendwann kommen die Klickmomente, irgendwann werdet ihr nachts einen Gedankenblitz haben, morgens einen Gedankenblitz haben, beim Duschen, auf der Arbeit, irgendwo werdet ihr merken, Moment mal, ist das das Setup, warum ich heute schon wieder verloren habe? Ist es das gleiche Setup, warum ich die letzten 12 Monate verloren habe? Und so checkt ihr irgendwann, scheiße Alter, die haben wirklich mit so einem blöden, simpenden Pattern, ja, mich komplett gebrainwashed. Trade Management fällt mir schwer, probiere mich viel zu viel rum, soll ich Trade durchlaufen lassen, Trend, Trend machen, Teilprofite arbeiten oder nicht? Das ist das, was du rausfinden musst für dich, das was für dich am besten funktioniert. Ich weiß ja nicht, wie du eingespannt bist, bist du schon Fulltime, hast du einen normalen Job mit Frühschicht, hast du Spätschicht, hast du Nachtschicht, hast du Conti-Schicht-System, da muss man alles gucken, was für eine Strategie tradest du und so weiter und so fort. Es gibt einige, die fahren gut mit Twin Trading, ich mache auch so eine Art Twin Trading, ich habe einfach mehrere Entries mit geringem Risiko, ja, das heißt, ich schieße einfach nach, sobald das gleiche Pattern sich wiederholt, lasse aber die Ursprungsposition meistens bis zum Ende des TPs laufen und die anderen bin ich auch gerne bereit, eher rauszudrehen, auf kleinerer Timeframe, weil ich bin auf höherer Timeframe und es ergänzt sich auch und da hat sich vermutlich das Internet verabschiedet. Oh Mann, das war so spannend. Doch, er ist noch da. So, erstens, was ich gerade sagen, ähm, Tag, ein Newton. Yes, ey, ich war voll im Flow, wo war ich stehen geblieben, was habt ihr zuletzt gehört? Ähm, du warst bei, gerade der Antwort von Madeleine, ähm, es ging um deine Hauptposition, lässt du, äh, du hast auch einen kleinen, genau, also ich bin ja eher auf, äh, 2, 4 oder Daily, das heißt, meine Hauptposition, äh, lasse ich durch, äh, swingen und, äh, den Rest ist die ganze Zeit Re-Entries, aber bei meinen Re-Entries bin ich auch gerne bereit, da einfach, ähm, die Profits rauszuziehen, entweder ich trade, äh, zieh 80% raus, das ist zum Beispiel mein Ding, ich hab den Tick, dass ich dann aber den letzten Teil nochmal fließen lasse, weil da kommt auch nochmal ordentlich was zusammen, wenn der Markt einbricht, also ich spiel mit dem Glück, ich verlasse mich nicht aufs Glück, ich meine, wenn ich Glück habe, dann, äh, schießt er durch, wenn nicht, dann nicht, dann hab ich's halt rausgedreht und, äh, das ist das, wie ich das mache und, äh, da musst du einfach eine Sache finden, die sich für dich gut anfühlt, letztendlich, da gibt's kein, äh, da gibt's auch keine 100%ige Antwort, kann sein, es kann auch einfach sein, dass du stumpf am besten funktionierst, weil irgendwie dein Alltag siehst so bestimmt, dass du sagst, ich nehm einfach jetzt immer TP1, TP2 Twin Trading, bumm, da musst du nichts mehr manuell nach, rausclosen, äh, die Lot Size ausrechnen, was sind 80% von der laufenden Position oder, 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 also, ich, äh, ich geh mit dem Flow, ja, wenn ich's öffne und sehe, dann schließe ich, wenn ich's nicht sehe und danach, äh, ich anstatt 100 Euro Profit hab, nur noch, äh, 60 Euro Profit hab, schließe ich ihn trotzdem, so bin ich zum Beispiel, ja, dann nehm ich mir auch weg, einfach meine, meine Chips vom Tisch nehmen. Was muss, deiner Meinung nach, jeder Trader durchgehen, um ein All-Time-High in Trading zu stehen? Ja, All-Time-Low. Was soll ich sagen? All-Time-Low und nie aufgeben, so, das ist ein, so kriegt man All-Time-Highs, ja, ob das jetzt Trading ist, ob das Sport ist, ob das Fitness ist, ob das, äh, Ernährung ist, ob das, äh, weiß der Kuckuckuck ist, du brauchst Lows, so, du brauchst Lows, an denen du wieder an dir arbeitest, vielleicht auch mal Tränen rollst, ich hab auch einige Tränen gelassen, ähm, ich war wütend, ich hab ins Kissen geschrien, äh, jetzt mit den Funded-Phasen, als wir damals gecallt haben, Leute, da, so, da kämpfe ich auch, denn Flo kämpft auch mit sich, 100 pro, ich kann mir nicht vorstellen, dass denn das alles eiskalt lässt, also, ich weiß ja manchmal, wenn er mich anruft und sich aufregt, wegen irgendwelchen Regeln, und hast du nicht gesehen, oder Breaches, oder irgendwelchen dummen Dingen, die dann einfach irgendwie passieren, oder doch zu schnell Profit gemacht, oder, 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 also, ihr müsst einfach All-Time-Highs, braucht ihr auch mal All-Time-Lows, so, oder neue Lows, oder überhaupt Lows, ihr braucht Korrekturen, nur in Korrekturen könnt ihr euch reflektieren, das ist es, und dann aufstehen, weitermachen, und dann höher als vorher, sich mehr konzentrieren als vorher, mehr an die Regeln halten als vorher, dann habt ihr ein All-Time-High, und dann bloß nicht wieder durchdrehen, und wieder Gott spielen im Markt, ja, dann kriegt ihr ganz schnell wieder ein neues Low, Alright, gucken wir mal weiter, haben wir noch ein paar Fragen, hast du einen Tipp, wie man besser wird im Marktverständnis? Ja, ich bin absoluter Fan vom Bootcamp, von Tradehouse, also ich bin natürlich auch Fan von den Basics von Sedi, ich bin auch Fan von Florence Session, aber wenn wir merken, dass die Leute ein bisschen mehr Probleme haben, mit den Go-Live-Sessions, und dem Recording von Flo, dann nehme ich die meistens nochmal an die Hand, und Flo ruft mich an und sagt, hier, schieb dir mal kurz einen rüber, mach mal mit dem, was du immer mit den Leuten machst, dein Zauber, und dann gehen wir einfach das Bootcamp durch, das Bounce-Back-Bootcamp, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist eine Website von den Tradehouse-Leuten aus Amerika, und da wird man weitergeleitet auf die Go-Live-Sessions einfach, und das ist brutal, und dann gehe ich mit den Leuten an den Markt, und dann geht es wirklich nur um Feedback, dann streiche ich den Leuten auf den Kopf, ab jetzt sowieso, ab Smart Money gibt es keinen, da reden wir nicht mehr über technisch, ob du dein FIBO jetzt so drehst oder so drehst, das ist mir eigentlich komplett schnurz letztendlich, ich meine, für die Leute, die nur das 50er nehmen, für die anderen, die was anderes nehmen, das ist schon wichtig, aber wir gucken nicht mehr auf das Technische ab, da geht es dann wirklich nur noch darum, okay, jetzt musst du verstehen, was ist eine Imbalance, wo reagiert eine Imbalance, wo reagiert eine Imbalance nicht, was ist ein Order-Block, was ist ein guter Order-Block, was ist interne Struktur, externe Strukturen, Timings, ey Leute, Timings, Marktverständnis, Timing, brutal, Kill-Zones, ja, die Kill-Zones habe ich drei Monate lang, ich habe nichts mehr gemacht, gar nichts, keine eigenen Analysen, nur noch damals die HFX-Phase, wer die vielleicht noch von euch kennt, oder jetzt, ja, er lacht da auch, ja, die HFX-Phase, da haben mich Leute, da hat mich meine Upline angerufen und gesagt, oder auch Flo hat mich angeschissen, bei der Einarbeitung haben die gehört, ich weiß nicht, wie man die Punkte zählt bei HFX, da habe ich die auf dem Kopf gesagt, wollt ihr mich verarschen, ich muss die Punkte nicht kennen, doch, du bist P2 und du bist Führungskraft und es kann doch nicht sein, dass du es nicht kannst, was, wenn mein Flo nicht kann, dann musst du die Calls machen, ich mache die Calls nicht, ich will HFX gar nicht können, hä, das Sinn und Zweck von der IM ist doch, dass ich als Kunde hier reinkomme und stumpf kopiere und einfüge, nur weil ich jetzt hier Lina bin, muss ich doch die Punkte, ich will das gar nicht können und in dieser Phase habe ich nur Timings geübt, ja, was passiert, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, das sind alles unterschiedliche Tage, die einen Zyklus haben, alright, wir machen das jetzt mal so, ich hoffe, das sieht nicht komisch aus auf diesem Call, das ist Dienstag und Freitag, gibt es Dienstag und Freitag einen Hit um 14.30, 15.30, 16. Das ist die Killzone der New York, gibt es den Hit nicht, sind alle anderen Finger, boah, das ist jetzt voll kompliziert, das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht, dann sind das die Hitzone, versteht ihr, ich meine, das sind ja die fünf Tage, alright, und wenn die nicht, die Dienstag und Donnerstag nicht hitten, dann gucke ich auf die anderen Tage, aber wisst ihr das schon, das ist die Frage, ich weiß das für mich, ich weiß das auf meine Currencies, wie ich trade, aber wisst ihr das, wann eure Hits kommen müssen und was ist, wenn der Hit nicht kommt, denkt ihr dann wieder, dass ihr technisch nicht gut genug seid oder habt ihr noch nicht das Unsichtbare mitgekriegt, alright, das würde ich überprüfen, also Marktverständnis, einfach voll reinpumpen, also wie gesagt, ich habe Zettel und Stift, Marktstruktur nachgezeichnet, ich habe so viel Zettel verbraucht, Sünde eigentlich, ich saß wie so ein Professor damals im Braunschweig unter dem Dach geschossen, weil da war halt mein kleines Office und habe da überall Zettel gehabt und habe die gepuzzelt, aneinander gehalten, ich habe gemessen, wann entsteht der Orderblock, wann ist der tiefste Punkt erreicht und wann läuft er wieder zurück zum Orderblock oder die Leute, die Florian traden, M&Ws, ja, wie lange dauert die Strecke da hoch? Weiß das jemand? Weiß jemand, wie lange die Strecke dauern muss? Ne, man denkt nur, oh, der war im Low, der muss jetzt hit, nicht geshort, der muss jetzt runterfallen, nicht geshort, nein, das ist Zeit, und das ist auch Marktverständnis, alright, und irgendwann habe ich diese Symbiose gefunden auf meiner Timeframe, dass ich gecheckt habe, Alter, auf Euro, S oder an GBP, USD, wenn der Orderblock kommt und der Markt sackt ab und arbeitet sich langsam zickzack wieder hoch, das ist dieselbe Zeit, die ihr runter braucht, dieselbe Zeit, die ihr hoch braucht, teilweise drei bis fünf Tage mehr, so, aber das muss man erst mal rausfinden für sich, nagelt euch jetzt nicht fest auf das, was ich gesagt habe, alright, auf diese Tage, aber findet das mal für euch raus auf der Timeframe im Marktverständnis oder wenn es DAX oder DAO ist, ja, wann hittet denn der Trade? Wann hat er diese Woche gehittet? Wann hat er letzte Woche gehittet? Wann hat er die letzten Wochen davor gehittet? Und dann immer weiter mittracken, immer im Kopf mitbehalten, okay, jetzt war Dienstag, Donnerstag wieder, Turnaround Tuesday, Turnaround Thursday, sagt man ja auch, ja, aber was ist, wenn das nicht passiert? Was passiert in der Newswoche? NFP, oh mein Gott, habe ich da viel Kohle verloren und viele Accounts verloren, oh mein Gott, ich habe es nicht sein gelassen, bis ich gecheckt habe, alles klar, Montag, darf ich eventuell meinen laufenden Trade noch laufen lassen oder einen kurzen Entry nehmen und bei TP2 bin ich raus. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, egal wie sexy das aussieht, nicht traden. Das ist meine Regel. In der NFP-Woche, macht gar keinen Sinn. Also, 0-0. Okay? Also, backtest du es dann und schaust, wo es immer reagiert hat oder passiert. Verschiedene Faktoren. Backtesting erstmal, klar, dann, je nachdem, welche Timeframe ihr seid, guckt ihr, ja, interne Strukturen, externe Strukturen. Danach guckt ihr, Timings. Okay? Wie sah das Timing immer aus? Welche Uhrzeit hitten denn immer die Trades? Killzones, ich schreibe es dir einfach mal kurz rein. Das sind aber meine Killzones, auch ganz wichtig. Macht euren eigenen Research. Meine Killzones, London, ist von 9 bis 11. Und dann habe ich auch letztens einen Trail genommen um 8. Und dann fragt mich einer, aber Felix, das ist doch gar nicht deine Killzone. Warum traist du jetzt um 8? Ja, weil letzte Woche waren die Killzones halt einfach kacke. Da wurde sich auch an nichts gehalten. Da war dritte Phase, der Markt macht nur kacke. Was mache ich also Montag, wenn die Woche davor kacke war? Montag bin ich das erstmal dann doch vielleicht an Chart. Das ist meine Zusatzregel. Was mache ich dann? Ja, wenn der um 8 den Entry gibt, dann haben die es eilig, Kohle zu printen. Weil die haben jetzt anderthalb Wochen nur Scheiße gebaut. Wahrscheinlich auf einer Daily Timeframe Sideways. Ja? London, 9 bis 11. Dann nächste Phase, 15 bis 17, ist die New York Phase. Ja? Trotzdem, wenn der um 14.30 zum Orderblock hinläuft und unsere Entrys erreicht, ob jetzt das 61.8 da oder was auch immer, ja, von Flo oder bei mir ist es mein 0.5er, wenn er das hittet, dann hittet er das halt eine halbe Stunde vorher. Aber er hat es ja in meiner Killzone gehittet so ungefähr. Der Move wird ja dann da folgen. Das heißt, was mache ich nicht oder was, ja, was mache ich nicht zwischen 11 und 14 Uhr einen Trade setzen? Das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt. Das sind die Mittagspausentrader. Das sind alle Arbeiter gerade an ihrem Handy irgendwie in der Mittagspause, wollen auch irgendwie schnell reich werden, damit sie nicht mehr arbeiten müssen. Bildung haben sie sowieso nie investiert, haben irgendwelche Trade Republic Apps untergeladen und setzen dann ihre Position. Ja, genau dann, wenn alle Mittagessen gehen auf der ganzen Welt, das sind die ihre Position. Die Leute kommen zurück am Desk in Europa, London, guckt sich, ja, wir warten mal noch ein Stündchen, die Amis kommen ja gleich rein. Amis kommen rein und denken sich, hä, warum legen die die Kohle da hin? So muss das für diese Trader sein. Die sind die B, ne? Sorry, wenn ich das so sage. Aber die sehen ja die SLs, die sehen ja das Volumen, deswegen traden wir auch teilweise mit Volumen. Die sind die blöd, wir sind doch noch gar nicht drin. Das machen die als erstes, Highs und Lows triggern. Ja, das könnt ihr gut kombinieren mit Killzones. Highs und Lows. Ich habe drei Monate lang nur Killzones und die Highs und Lows beobachtet. Ja, das heißt, jede Session holt sich das Low oder das High der vorigen Session. Ich denke, Support, Resistance ist cool für den Anfang, aber ich habe mich damals darauf gebräumasht, jetzt habe ich das geguckt, jetzt weiß ich alles über Trading. Auch Bullshit. Wie naiv ich war, zwei Jahre lang. Ich dachte, mit einer Support und Resistance kann ich traden. Nee. Es gibt einzig wahre Support und Resistance und die haben was mit Sessions zu tun. Ja, nämlich, wenn sich die New York Session, ja, die New York Session bricht aus oder die London drückt schon raus. Was macht die New York? Die testet immer noch mal komischerweise das London High an. Also zerstört das auch noch mal in der Phase und dann klappt das auch. Aber da dürft ihr euch nicht drauf brainwaschen. Ja, Support und Resistance funktioniert doch, das mache ich jetzt immer so. Nee. Wenn die anderen Komponenten nicht da sind und ihr gar nicht wisst, was ist das Big Picture, bin ich intern, bin ich extern. Ja. Was ist mit Tag? Welcher Tag ist heute? Wie waren die letzten Tage? Der Montag war low. Perfekt, der Dienstag muss abgehen. Oh, letzte Woche war low. Der Montag muss abgehen. Ja. Oder Freitag, äh, Montag einen aggressiven Markt zu haben, der long triggert. Bis Freitag sieht es aber nach mega massiven Shorts auf. Ja, guess what? Freitag wird die Agenda weiter gepusht, die sie im Montag begonnen haben. Ja, weiß man das jetzt? Nee, wenn ihr es nicht wisst, woher auch. Ich habe es auch erst über Jahre rausgefunden, aber damit ich es euch jetzt sage. Das sind Zusammenhänge. Ein Freitag, der nochmal richtig abgeht und pusht, ja, der wird Montag vorgeführt. Egal, wie geil das Montag aussieht, der Short. Wenn Freitag long getriggert wird, dann wird Montag weiter long gemacht. Spätestens, wenn die Amis drin sind. Allerspätestens, wenn die Agenda reinkommt. Alright? Weil die müssen ja knallen, die müssen euch erwischen, wenn ihr nicht ready seid. Damit müsst ihr auch immer rechnen. Alles, was so schön aussieht, trade ich nicht. Ja? Alles, was mich reinlockt, erstmal zurücklehnen. Ja? Aber zwischendurch die Phasen, da muss man einfach mal reagieren. Da muss man einfach wissen, was man zu tun hat, letztendlich. Ja? Asia ist, wer hätte es gedacht, vielleicht könnte es jetzt erahnen, ja? 19 bis 21. Vielleicht auch länger. Ich beschäftige mich nicht mit der Asia. Aber ist jetzt mein Verständnis. Ja? Weil dann frage ich, dann rufe ich Flo an. Ich sage, ich weiß ganz genau, warum du um 19 Uhr deine Go-Live-Sessions machst. Dann lacht er so, hör, hör, warum? Ich sage so, ja, auf einmal tradest du keine Majors mehr seit einem halben Jahr. Du bist nur noch auf Exotic unterwegs. Exotics. So. Zu wem gehören die Exotics? Ja, bestimmt nicht zur London und New York. Klar, die stecken da auch alle irgendwo drin, Euro und GBP. Aber, was macht Flo? 19 Uhr beginnt die Killzone. Wie sieht Florence Session aus? Entweder, ihr kommt auf den Call, ihr kommt fünf Minuten zu spät, auf einmal sagt er, ey, ey, get ready, get ready, mach dich mal Bereich, rechn mal aus, 15 Pip SL, wir gehen da jetzt rein. oder, er sagt, ey, irgendwie war schon alles am Tag da vorbei, wir gucken uns jetzt mal alles ein bisschen was an, bis wir was finden. Und dann macht er eine halbe Stunde einen Call, eine dreiviertel Stunde einen Call und manchmal reagiert er und sagt, okay, jetzt müssen wir eine Attacke machen oder er gibt euch Limits durch. Wann werden diese Limits gehittet? Bis 21 Uhr. Teilweise, denke ich mal. Ja? Dann gab es ja diese legendäre Regel, das kann er ja nicht mehr sagen, so richtig aufgelebt, aber mal ein SL rauszunehmen. Ja, warum nehmen wir den SL raus? Naja, weil um 21 Uhr beendet die Killzone der Asia. Was passiert um 22, 23 Uhr? Die Broker mischen auch noch mit. Das kommt ja auch noch dazu. London, New York, Asia, Broker. Ja? Das ist eine, das ist eine, eine Timeframe im Trading, die ihr nicht bei Google findet. Dass da Broker auch nochmal mit mischen. Dass die Preise verkauft werden, die Spreads erhöht werden, SL Hits und so weiter und so fort. Alright? Das heißt, ihr müsst diesen Takt, ihr müsst diesen Takt rausfinden. Ihr müsst jetzt nicht jeden Takt rausfinden, ihr müsst den Takt rausfinden, der jetzt momentan zu deiner Lebensphase am besten passt, damit du am meisten erfolgreich bist. Weil du brauchst nicht London traden, wenn du morgens arbeitest. Voll stressig. Guckt euch die Asia an, lehnt euch zurück, geht auf Floor Session, that's it. Ja, oder du hast halt nur Nachtschicht, ja, dann mach auf jeden Fall London. Get ready für London. Was passiert London? Wie sieht London aus? Was macht die London? Holt sich die London die Highs von der New Year? Oder holt sich die London die Highs von den Asias? Oder die Lows? Was macht Asia überhaupt in Euro-USD, GBP-USD um diese Uhrzeit? Wie sieht das aus? Ja, immer so. London kommt rein, pump, 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 bum, bum. Es wird erstmal getriggert, long, short. Es gibt Szenarien im Markt, da rufen mich Leute an und sagen, boah Felix, was denkst du über Euro, S-Dollar? Ich bin auf jeden Fall short, ich bin richtig heavy short. Ich sage, ja, ich würde gern long gehen, aber ich mache gar nichts. Warum? Ich sage, guck dir doch mal das Bild an. Wenn du jetzt long bist, wenn du jetzt short bist, es ist scheißegal, du bist gerade in der Mitte fahrt, weil jeder der jetzt, ob er jetzt short ist oder long ist und der Markt befindet sich in der Mitte von beiden, stelle ich vor, eine Seitwärtsphase, oben wird getriggert, unten wird getriggert. Schlimmstes Szenario, raus aus dem Markt, bitte. Alright? Der Rest ist nur Glück. Geht raus. Wenn beide Seiten getriggert sind in einer Session, long und short, dann stimmt irgendwas nicht. Meistens NFP auch in diese Richtung. Alright? Aber das kann ich euch auf jeden Fall mitgeben. Pumpt euch das Bounceback Bootcamp, wenn ihr wirklich richtig deep reingehen wollt. Guckt euch auch die Videos an, die YouTube-Videos an. Ihr müsst da auch ein bisschen einfach, jetzt nochmal, jetzt ist ein blödes Wort, ich weiß nicht, wie ihr die letzten Jahre so getickt habt, aber ihr müsst ein kleines Verschwörer-Mindset kriegen. Ihr müsst im Trading einfach sass sein. Ja, jetzt nicht Verschwörungsthemen wie diese anderen, sondern im Trading. Ihr müsst euch denken, ey, das Setup sieht doch viel zu geil aus. Irgendwas stimmt doch nicht. Oh, ich habe eine Woche nur gewonnen. Alter, irgendwas ist doch nicht richtig. Einfach mal eine Woche nur beobachten. Und dann werdet ihr checken, boah, zum Glück habe ich nicht getradet. In dem Moment, wo ihr tradet, habt ihr gar keine Zeit darüber nachdenken zu reflektieren, weil ihr sofort anfangt, euch selber zu blamen. Warum habe ich getradet? Bin ich nicht gut genug? Dies, das, jenes. Warum nehme ich genau den Trade mit vom Educator, der verliert? Ja, toll. Und dann wird erstmal der Educator geblamed. Ja, Flo ist gar nicht so gut, wie er sagt. Bla, 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 bla. Ich habe nur die SL-Hits. Ja, zeig mal her. Ja, du hast nur die SL-Hits. Stabil. Wie hast du das geschafft? Ja, keine Ahnung. Ich reg mich seit zwei Wochen nur auf. Komisch, dass du dich aufregst und negative Emotionen hast und dann auch nur genau das mitnimmst, was man nicht mitnimmt. Hm, das hängt nicht zusammen. Doch, das hängt zusammen. Ja, 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 nee, okay, tschüss, aufgelegt. Zwei Wochen später, ey, du hast doch recht. Ich habe mein positives Mindset jetzt wieder. Ich habe einfach mal eine Woche nicht getradet, bin an den Markt gegangen, habe das reflektiert, macht irgendwie Sinn. Boom. Ja, das kann ich euch auf jeden Fall mitgeben. Und wenn ihr weit genug seid mit Backtesting und eigenen Analysen, und dass ihr da auf jeden Fall merkt, hm, das geht schon in eine gute Richtung, dann fügt die 5-Sekunden-Regel ein. Wenn ihr in 5 Sekunden nicht das Gefühl habt, dass ihr reingehen solltet, dann solltet ihr auch nicht reingehen. Dann könnt ihr den Laptop zumachen, dann müsst ihr nicht nachdenken, nachanalysieren oder sonst irgendwas. Wenn euer Unterbewusstsein schon weiß, das ist nicht gut, dann müsst ihr euer Unterbewusstsein nicht dafür benutzen, euch selbst zu brainwaschen. Ganz wichtig. Vertraut diesen Dingen, wenn ihr schon ein gewisses Wissen aufgebaut habt. Alright. Und wenn ihr euch gerade denkt, Felix, woher soll ich das überhaupt wissen, was ich weiß, und wie soll ich dem Ganzen vertrauen, dann find's raus. Find's raus, dokumentier, mach Screenshots über Setups, wo du immer wieder verlierst und guck dir die Setups mal wirklich genau an. Du wirst teilweise merken, das sind 2, 3 Szenarien, auf die du immer wieder reinfällst, aber die sehen so geil aus, dass du dann immer merkst, aber bin ich blöd gewesen? Klar sah das da gut aus, aber der Rest ist doch total offensiv oder offensichtlich. Ja, und ich kann euch nicht meine Pattern mitgeben. Das wird nicht matchen. Wird's nicht. Ihr müsst eure Pattern finden, die euch glauben lassen, ihr seid im sicheren Hafen. Weil ich fühle mich im Trading einfach nie wieder sicher. Das habe ich mir gedacht. Also, so von wegen in diesem God-Mode. Gar keinen Bock drauf. Wirklich. Dann bleibe ich lieber humbled, dann bin ich lieber sass, dann drehe ich lieber mein Profit raus, anstelle jetzt anderthalb Wochen weiter zu traden, zu gierig zu werden und aus 20% noch irgendwie auf Krampf versuchen, 30% zu machen. Nicht traden ist profitabler, als zu traden heute. All right. Habt ihr noch final irgendwelche Fragen? Ist noch irgendwas aufgepult, wo ihr sagt, ey, da habe ich ein paar Fragen zu. Viel zu viele. Gerne, gerne, gerne. Ich denke, wir brauchen noch ein paar Calls. Ja, wie gesagt, wir haben crazy Ziele gehabt. Ich meine, Flo ist jetzt Go-Life-Educator. Phase 2 dieses Plans ist, dass ich nachziehe. Vielleicht seht ihr mich auch irgendwann live. Who knows? Aber ist auch gigantisch. Freut euch darauf. Setzt euch wirklich long-term Ziele. Brainwash euch darauf. Haltet fest. Holt euch ein Hustle-Buddy und redet darüber. Ich habe Florian und ich, da wusste nicht mal unsere Ableiben was von. Da wusste nicht mal Audrey was davon, was wir Gespräche hatten. Ich hatte mit Flo so eine Einheit aufgebaut, dass ich gesagt habe, no matter what. Also egal, was passiert. Weil ich habe damals auch 150 Kunden in vier Wochen verloren. All right? War auch nicht schön. Aber dann immer habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, auf wen kann ich mich verlassen? Auf mich. Und irgendwann habe ich mal mit Flo so ein ärgerliches Gespräch und er hat voll angebissen. Das war gar nicht mein Plan, aber er war voll angebissen und wir beide haben so einen internen Hass aufgebaut. Von wegen so, lass mal alle fertig machen. Lass mal alle fertig machen. In ein paar Jahren ist eh keiner mehr bei Emso. Haben wir mal gesagt, irgendwas passiert doch immer. Die Leute checken gar nicht, was krasses da überhaupt hintersteckt. Ob das jetzt Trading ist oder ob es das Business ist. All right? Aber wir haben gesagt, lass mal einfach. Unsere Ableiben könnte abhauen. Ich würde trotzdem bleiben. Jeder könnte gehen. Ich würde trotzdem bleiben. Ich habe sogar zu Flo gesagt, du könntest gehen. Ich würde trotzdem bleiben. ich werde andere krasse Trader finden. Ist mir scheißegal. Ob du jetzt denkst, dass du krass bist oder nicht. Das habe ich letztens noch zu ihm gesagt. Bro, wenn du gehen willst, ich würde trotzdem weitere krasse Leute finden. Weil einfach im Kopf das bei mir festgehakt ist. Aber das war das von mir und Flo vor vier Jahren, als wir diesen Horrorschock hatten. Master Educator ist gegangen und hast du nicht gesehen. 150 Kunden verloren. Ich war sieben Kunden vom P5K. Alles war geil. Ich sollte den nächsten Educator stellen. Also nicht Flo, sondern noch einen. Und ich dachte mir, nichts kann passieren. Und dann haben wir uns einfach geschworen. Ey, wir werden Educator. Du ziehst voraus. Ich ziehe nach. Weil irgendwer muss ja noch eine Leader-Position haben und sich um die andere Arbeit kümmern. Flo hat da auf jeden Fall jetzt auch viel Luft, aber auch viel, viel Druck, die ich auch gerne abnehme in der Position. Einfach die Upline nimmt der Downline die Arbeit ab. Aber ich mache es sehr gerne, weil nach vier Jahren einfach wahr geworden, wo wir auch dachten, Bro, was machen wir jetzt? Wir haben gar kein Long-Term-Team mehr. Was geht ab? Ja, ja, erst mal kommst du nach und dann, lass mal eins aufstellen. Weil das ging auf einmal doch so schnell, obwohl die letzten zwei Jahre doch irgendwie zwischendurch hart waren. Aber macht euch ein richtig krasses Ziel. Redet euch ein, dass ihr krasser werdet als ein Florian Able. Kriegt nicht ein größeres Ego gegenüber Florian Able und hört dem nicht mehr zu, sondern brainwashed einfach selbst. Oder wenn ihr anderes Vorbild hat im Trading oder whatever, brainwashed euch darauf, dass ihr krasser werdet als XYZ. Weil das haben wir gemacht. Nichts anderes habe ich gemacht. All right. Zum Abschluss gebe ich euch noch mit, mir ist das jetzt wieder eingefallen, ja, weil ich habe über Trading und das Business gesprochen. Ich habe euch gesagt, ich habe ein geiles Learning von Alex Morton mitbekommen. Ich weiß, heute haben wir nur über Trading gesprochen, aber ich finde Network irgendwo genauso wichtig und essentiell für H&M, weil ohne, ich meine den Call. Wer hat den Call organisiert? Ihr alle oder eine Person? Ich frage einfach mal so, frage für einen Freund. So frech. Network ist krass, Leute. Was ich in Network gelernt habe, das kannst du nicht bezahlen. Also ich habe hier in Frankfurt, ich mache kurz Off-Story, dann komme ich da an. Ich habe hier in Frankfurt Angebote gekriegt, weil ich bin nur für sechs Monate hier. Ich habe sehr gute, glückliche Kontakte mir aufgebaut in einer sehr, sehr, sehr kurzen Zeit. Eigentlich in den ersten drei Tagen habe ich alle Kontakte, mit denen ich heute noch was zu tun habe, mit denen ich brainstorme, über Business rede, über Geld rede, über whatever rede. Die haben mir Dinge angeboten, Leute. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ihr Frankfurt kennt, aber absolut, crazy, deswegen unterschätzt Network nicht und man muss nicht der krasseste Networker werden, man muss nicht ein Alex Morton werden, obwohl ich mir auch damals eingerichtet habe, ich werde krasser als Alex Morton, aber Alex Morton ist einfach ein fucking Alien, so der ist einfach anders aufgewachsen, aber trotzdem Inspiration, okay? Weiß jemand, und da kommen wir zu dem Punkt, was ich von Alex Morton genannt habe, weiß jemand auf diesem Call, warum IMS Reacademy Trading-Schulung aufgebaut hat, in der Kombination mit Network-Marketing? Weiß das jemand? Ich habe es mal gehört und als ich wiedergekommen habe, dachte ich mir, fuck, ja, stimmt. Aber in dem Moment hatte ich auch kein Schimmer, was Alex Morton von mir will. Ich dachte mir, ja, weil es schlauer ist, weil wir halt, wenn wir im Trading Spaß haben, können wir es weiterempfehlen und so weiter und so fort. Ja, das ist der Benefit. Alright? Aber der Grund, warum diese Company aufgebaut ist, weil warum strugglen die meisten Leute, ob jetzt, wir können eigentlich, I am Germany, I am International, können wir reden. Warum strugglen die meisten Leute? Es ist immer wegen Geld. Phase 1, ich habe kein Geld für den Autochip. Warum sich trotzdem ein Funded-Account geholt, Eigenkapital-Account geholt, ihr letztes Geld nochmal weggeblasen. Das Thema ist Geld. Ich will über Geld reden. Das ist ein unschönes Thema für die einen oder für die anderen. Ja, das Zusatzeinkommen. Deswegen hat I am überhaupt Network-Marketing. Klar hat es andere viele tausende Vorteile, aber der CEO hat selber gesagt, warum will er Network-Marketing auch noch nehmen? Weil die Leute haben kein Geld und es ist nicht besser geworden in den letzten Jahren. Es ist schlimmer geworden in den letzten Jahren. Unglaublich krass. Inflation, Kosten, was ich mitgekriegt habe. Ich habe einen Menti gehabt, der hat einfach mal drei Viertel seines Ausbildungsgehalts für Sprit ausgegeben. What the fuck? Ich kam darauf gar nicht klar. Ich habe nie eine Ausbildung gemacht, aber ich dachte mir, Bro, du musst die Ausbildung wechseln. Ja, wo? Die andere muss dich noch länger fahren. What the fuck? In was für einer Welt leben wir? Du ackerst für Sprit, Alter. Wie machst du den Rest überhaupt? Ja, aber warum Network-Marketing? Wenn man mit 30 Leuten 1.000 Dollar passiv verdient, Punkt. 30 Leute ist wirklich nicht viel. Auch nicht 12. Dann sind es 600 Dollar passiv. 600 Euro für jeden auf diesen Call mehr ist viel Geld. Da braucht auch gar keiner mit mir diskutieren. Safe nicht. Ob du 1.800 verdienst oder ob du 2.500 Euro verdienst. 600 Euro ist mehr. Weil ich kenne Leute, die haben 2.500 Euro nette, sind trotzdem broke jeden Monat. Weil die einfach ihre Fixkosten angepackt haben. Und was können sie nicht machen? Ja, ihre Wohnung so schnell wechseln, weil sie mit ihrer Freundin zusammen wohnen. Oder das Auto verkaufen wollen sie auch nicht wegen Ego und Stolz. Ja, äh. Ja, und da einfach mal das Potenzial zu sehen. Alter, ich muss nur zufriedener Kunde sein. Ich muss jetzt nicht der nächste Rockstar sein, aber ich muss doch einfach mal die richtigen Sätze kennen, um das Richtige daraus zu machen. Weil ich habe Leute, stille Wässer, da hat jemand seine Mom verloren, da arbeiten wir sehr, sehr, sehr viel im Hintergrund auf. Ja, ich mag ihn sehr, weil er sehr viel, sehr viel lernt und sehr viel auch zulässt und mir auch vertraut, so. Und, äh, kein Networker, auch kein geborener Networker, auch einfach eine einsame Seele für sich, so. Leider die letzten Jahre, aber auf den Calls immer offen. Der ist einer, der hat immer die Cam an seit einem halben Jahr. Keiner kannte ihn vorher, der hat immer die Cam an. Der war noch nie auf dem Event, außer einmal in Zürich, ganz kurz für einen Tag, bei dem passiert. Und da habe ich mir auch einen Networksatz mitgegeben, dass, wenn ihn jemand fragt, ey, was machst du da eigentlich? Forex Trading, bla, bla. Oder, ey, Bro, du musst hier unbedingt rein in mein Team. Ja, nee. Sondern einfach mal die richtigen Sätze droppen, die zu einem auch passen, so. Das macht ein Networker eigentlich nur richtig gut. Der weiß, wie man die Sätze richtig baut, damit das Gegenüber gut ankommt. Weil erstens, ihr wollt ja auch nicht blöd dargestellt sein. Ja, volles Off-Topic gerade, aber ich hau es gerade einfach mal raus. Ihr wollt ja nicht blöd dastehen. Aber wenn ihr nicht wisst, wie Kommunikation funktioniert, dann ist egal, was ihr sagt, ihr werdet blöd dastehen. Wisst ihr, was ich meine? Eure Freunde werden eh über euch reden im Hintergrund oder auf Partys oder irgendwas. Passiert so oder so oder so oder so. Und immer habe ich angefangen, einfach mal weniger zu sagen und das Richtige zu sagen. Und dann kamen die Gegenfragen. Ja, wie funktioniert denn das ganz genau? Und nicht, ja, ey, ich erzähle dir das hier, meine Handyfolien und guck mal hier, SLTP. Nee. So, hey, interessiert es dich wirklich? Ja, auf jeden Fall interessiert mich wirklich. Wirklich, wirklich oder fragst du jetzt nur nach, damit du später darüber reden kannst. Nee, Bro, komm mal jetzt nicht so, ich meine das ernst, interessiert mich wirklich. Okay, dann gib mir deine Nummer. Wenn ich die nicht habe, gib mir deine Nummer und ich melde mich bei dir einfach. Was passt dir besser, in der Woche oder am Wochenende? Boom. Und dann habt ihr in ein, zwei, drei Sätzen in Telefonaten später habt ihr einfach, habt ihr eine Präse ausgemacht und ihr wart kein Verkäufer, sondern ihr habt einfach nur mal das Richtige gesagt. Ihr werdet euch totreden und danach auch schlecht über Network denken, wenn ihr selber das Handy in die Hand nehmt und denkt, ich brauche meine Upline nicht und ich erkläre das dir kurz am Handy. Glaubt mir, Leute, ich mache das seit sechs Jahren. Ich hätte schon super, super, super schlaue Leute von mir sitzen, die mir erzählt haben, sie hatten auch schon mal eine Trading-App und die kennen auch Entry und Take Profit. Ja, aber als ich denen das nochmal erklärt habe, die sind nie gestartet. Die sind kaputt gegangen im Kopf daran, weil sie sich dachten, Digga, der ist so schlau. Oh mein Gott, Alter. Nee, da habe ich gar keinen Bock, das aufzuholen. Weil für jemand anderen wirkt ihr dadurch einfach immer auf einem Plateau. Ja? Aber ihr müsst nicht auf einem Plateau sein. Holt Yoshi dazu, holt David dazu, holt Ulisse, holt irgendwen dazu, ist scheißegal. Ich hole teilweise Kunden auf meine Closings mittlerweile. Das ist einfach ein Experiment, was ich mache. Ich kann euch sagen, wenn der Kunde weiß, wie man redet und er selber gar kein Team hat, der clost trotzdem. Der clost die einfach. Ist auch geil. Aber ihr müsst eine dritte Person da reinhebeln. Aber anyway, darum soll es gar nicht gehen. Das wird dir kein weiterer Network Call. Aber denkt einfach mal darüber nach. Es gibt, also es wird euch auch alles geboten. Die Frage ist nur, ignoriert man das und ist man close-minded oder ist man einfach mal offen, bis man den Satz gehört, mit dem man arbeiten kann, mit dem man sich mal ein passives Einkommen aufbauen kann. Weil die Leute, ja, die ein passives Einkommen haben, die haben halt einfach einen unfairen Vorteil. Ich sage es, wie es ist. Ja, das ist halt einfach ein extra Einkommen. Da kann ein Account auch mal gebloat werden. Da muss man nicht warten, bis das nächste Gehalt kommt. Aber man hat ja hier irgendwie seine Wallet und hat irgendwie was in Krypto liegen, was ja irgendwie wachsen soll. Da kann ich das davon ziehen. Und das ist halt geil. Und darum wurde IM gegründet. Vergesst das auf jeden Fall nicht. Sehr, 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 sehr wichtig. Der Impact, der dadurch folgt, den können wir gar nicht auf diesem Call beschreiben. Also der Impact, den man hinterlässt, ob das jetzt einfach, selbst wenn die eine Person hier nur reinholt und die geht nach sechs Monaten wieder. Oh mein Gott, glaub mir, diese Person wird ihr Leben für immer verändert haben. Also 90% der Leute, die auch irgendwann mal bei mir gegangen sind, die sind heute am Hasseln. Die sind heute glücklicher, die lesen immer noch Hörbücher, die arbeiten an sich, die machen Sport. Ich habe so viele Fitnessfreaks dadurch irgendwie kreiert, obwohl ich einfach der übelste Lauf bin. Ich weiß nicht, wie das entstanden ist. Vielleicht genau deswegen, dass die Leute gedacht haben, ich muss krasser werden als Felix oder keine Ahnung. Aber Leute, ihr hinterlasst einen Impact in einem. Ihr habt hier alle Tools, ihr habt Kommunikation, ihr habt Leadership. Das wird euch vorgeworfen. Das wird euch teilweise ja sogar noch vordiktiert. So, wisst ihr, was ich meine? Ich habe das damals auch nicht gesehen. Aber Leute, die Menschen, die mir hier was angeboten haben, ich habe denen gesagt, ich bin das nicht, wo du mich da einsetzen willst. Ja, es geht um Opernplatz Frankfurt. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, bei den Hochhäusern. Genau dazwischen, vom Opernplatz in den Hochhäusern, will der mir ein Restaurant aufmachen. Nur über die Dinge, mit denen ich ihm gesprochen habe und wie ich sein Business optimiert habe. Weil ich bin bei ihm essen gegangen. Ich bin ihm richtig gut geworden. Ich sehe, als mein Mentor ist 50 Jahre alt, der ist richtig ambitious. Der ist wie so ein Labrador noch. Der weiß noch, als hätte er gestern das erste Mal Erfolg blutgeleckt, so ungefähr. Der ist immer noch so. Alle sagen, du siehst so jung aus, wie bist du so jung geblieben? Und er sagt mir ins Gesicht, Felix, Erfolg. Erfolg hier oben zu wollen. Nicht finanziell, sondern Erfolg mit meiner Persönlichkeit. Und dann bietet er mir das an. Ich dachte, du willst mich hier einfach hinlocken nach Frankfurt, weil du irgendwie einen Benefit von mir willst und willst ein dummes Café ausmachen. Das ist Champions League, was du mir anbietest. Ich bin kein Betriebswirt. Ich bin nicht das, was du brauchst. Und er guckt mich an, aber du weißt und ich weiß, dass du das kannst. Weil all das, was du mir geholfen hast, woher hast du das? Ich sage, ja, ich habe gute Mentoren, Seminare, Bücher. Ich bin in so einer Community drin. Was für eine Community ist denn das? Wie viel kostet das? Wie kommt man denn da rein? Bestimmt 10.000, 20.000 Euro. Guck mal, das denkt jemand, der Unternehmer ist seit 30 Jahren, dass das, was wir machen, mindestens 20.000, 30.000 Euro kosten müsste. Und auch, wenn ihr nicht Networker werden wollt, Leute, nehmt die fucking Informationen, die Skills, die euch hier beigebracht werden und macht damit irgendwas anderes, was du vor hast. Weil wenn Trading läuft, was dann? Das ist doch die Frage. Wenn Trading läuft, was dann? Ja, ich wollte immer mal eine Pizzerie haben, ich wollte immer mal dieses, ich wollte immer mal das. Ja, dann brauchst du trotzdem all die Fähigkeiten. Du musst trotzdem wissen, wie man kommuniziert. Du musst netzwerken. Ohne Netzwerk kommt gar nichts. Glaubt mir, Leute, gar nichts. Du kannst nicht ohne ein Netzwerk, ob online oder offline. Offline noch viel wichtiger in allen anderen Bereichen. Da kommst du gar nicht voran. Gar nicht, gar nicht. Guck mal, allein das Netzwerk, was wir jetzt hier auf diesem Call haben, die Infos, die ich euch gebe, ist doch geil, for free. Jetzt überlegt mal, was da draußen noch umschwirrt, was für Leute. Und vor allen Dingen, was für Leute ihr aufbauen könnt, in euer Netzwerk reinhauen könnt, in euer Team, in euer Netzwerk, whatever. Leute, die nicht bei mir Kunde werden und dann noch frech werden, dein Loss. Leute, die nicht bei mir Kunde werden, aber mich darum beten, mit mir in Kontakt zu bleiben, was gibt's Besseres? Erstens, der wird irgendwann sowieso starten. Zweitens, wenn er nicht startet, wird er trotzdem High Class Kontakt, der mir andere Kunden bringen kann. Das ist doch ein Investment. Jeder von euch will Immobilien, jeder von euch will Aktien, aber keiner will in ein Netzwerk investieren? Hä? Früher oder später kommt ihr nicht drumherum. Die Leute, und wenn die kein Business machen, ich rede jetzt von meinem Dorfleben, die Leute aus dem Fußballverein, die übelst krass connected waren, damals als ich 16, 17 war, und ich war schon gut connected, aber wenn die in den Club kamen, dann war ich, dann war mein Netzwerk Furz. Die kannten noch viel mehr Leute, die haben noch Flaschen umsonst gekriegt, wo ich mir dachte, fuck, Digga, ich bin so ein Loser, ich hab noch nie eine Flasche gekriegt. Wieso kriegt unser Kapitän eine Flasche? Ja, der war da, der war da, der war hier, der hat dem geholfen, der hat dem geholfen, der hat hier einen Grillwagen gemacht, wo ich mir denke, what? Und ich merke es hier in Frankfurt, ich kann rausgehen und ich muss keinen Cent ausgeben, und ich kann von morgens bis abends essen und trinken. Wie? Erklärt mir wie? Die wissen nicht, dass ich trade? Die kennen die Zahlen, nicht? Ich war nur da in meinen Basic Outfits, weil ich bin ein Basic Typ, der gerne mit seiner Persönlichkeit anscheinend überrascht. Das hat Felix Winkelmann mir als Feedback gegeben, weil ich musste ihn teilweise anrufen, ich hab so kranke Sachen hier erlebt, weil ich wie so ein Idiot durch Frankfurt laufe und sage, hallo, ich bin noch nicht lange hier, ich weiß nicht, wo der Weg lang geht. So ungefähr. Ja, Leben durchgespielt. Ich hab Felix angerufen, ich sag, ich würde am liebsten heulen. Er sagt, warum ist das los? Ich sag, das ist zu viel. Ich geh nach Hause, zwei Uhr nachts, und ich zieh acht Nummern auf einmal. So, wie? Wie? Du hast doch gestern schon erzählt, du hast die und die und die gezogen. Ja, Bro, ich wollte noch nach Hause gehen, und dann dachte ich, statistisch gesehen, Frankfurt ist so groß, da sind so viele Gruppen, da muss doch irgendwas passieren. Das ist total eskaliert. Das ist total eskaliert. Ich kann das gar nicht verarbeiten. Und es ist was Wunderschönes. Geht raus. Wenn ihr spazieren geht, geht mal einen anderen Weg. Stellt Fragen, auch wenn ihr in eurer Stadt seid, und man darf sagen, fragt doch einfach mal was. Es gibt nichts Geileres, als ein Helfersyndrom bei anderen Menschen zu triggern. Das habe ich aber auch richtig in Frankfurt gecheckt. Ich bin der Depp. Die denken immer so, oh, guck mal, der ist voll süß, wie der aussieht, voll der Bubi, Schwiegersohn. Ja, ich bin seit drei Wochen hier, und ich wollte mal wissen, wo finde ich denn das und das. Oh, du bist neu hier. Okay, wo kommst du her? Und dann kommt eure Story. Das meine ich mit, ihr müsst wissen, wie man kommuniziert. Ja, wen das ganze Network-Thema nicht mehr interessiert, tut mir leid. Aber Kommunikation ist crazy. Und Kommunikation ist auch wieder Persönlichkeitsdeckung. Persönlichkeitsentwicklung ist gleich auch wieder das Schwiegerbild auf deinem Konto. Oh, das ist eine Win-Win-Situation. Seid ihr eine krassere Persönlichkeit? Könnt gut kommunizieren mit anderen Menschen? Wisst ihr, wie ihr euch positioniert? Wird das gleichzeitig auch auf eure Psyche spiegeln? Eure Psyche wird sich ins Trading spiegeln. Wehe, hier geht einer. Ja, das wäre nicht schlimm. Mein Gott, es gibt noch wirklich Leute, die sagen, Felix, ich kann nicht mehr. Ich arbeite schon seit 10 Stunden, bin jetzt auf diesem Call, und du willst mir jetzt sagen, ich soll bleiben. Nein, mein Gott. Bitte als nächstes rein Network-Marketing-Part. Können wir auch mal machen. Wir können gerne über Kommunikationstricks reden, aber crazy Shit auf jeden Fall. Aber Netzwerk kommt man nicht drum herum. Ich sage mal so, später, wenn ihr eine Million mit Trading gemacht habt und jetzt wollt ihr das investieren, ja, willst du jetzt irgendeinen x-belieben Immobilien-Heini anrufen und fragen, und der gibt dir den beschissensten Deal überhaupt, oder hast du schon seit 5 Jahren ein Netzwerk aufgebaut durch das Thema, was wir hier die ganze Zeit besprechen, und du hast Immobilien-Deals, an die keiner rankommt? Man spielt doch immer seine Kontakte bis zum Bestmöglich aus. Jeder von euch wird es nicht anders machen auf diesem Call. Ihr würdet immer erst mal den Kollegen anrufen, mit dem ihr eine richtig gute Bindung habt, um ihm das beste Angebot zu geben. Ihr würdet niemals mich anrufen. Ihr würdet nicht denken, ey, ich glaube, ich frage mal Felix 100 Mark, ob der auch Bock hat auf dieses geile Investment. Nein, du würdest erst mal alle deine, deinen Inner Circle abkreisen. Jeder von euch wird es machen. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, mein Inner Circle ist aber halt nicht so, ja, dann bau dir einen. Du bist kein Baum, du kannst dich bewegen, geh raus, geh zum Yoga, geh zum Fußball, geh kicken, geh zum Bowling alleine, sei einfach der Freak, der angesprochen werden muss, an, ich bin die ganze Zeit alleine. Meine Freundin zwischendurch, wenn ich nach Hause komme, denkt die auch, wie, erklär mir wie, das ist nicht möglich. Ich sage, keine Ahnung. Ich floh da einfach nur rum und bin einfach der Trottel, der hier durchläuft und höre mir dann jeden Tag mindestens einmal an, du bist viel zu nett für Frankfurt. Ja, okay, next. Mit dir werde ich auch nichts zu tun haben. Wenn du sagst, ich bin zu nett für Frankfurt, dann bist du wahrscheinlich das Problem. Und weiter. Und irgendwann findet ihr die Leute, letztendlich. Yes, alright Leute, wir machen Feierabend. Wir können gerne nochmal irgendwann einen Network Call machen, aber auf jeden Fall gerne mit Themen, so, wo wir drüber reden sollen. Aber ansonsten hoffe ich, ihr konntet einiges mitnehmen. Habe ein bisschen länger gemacht als vorher geplant. Aber egal, muss auch manchmal sein.